ja hallo leute ich habe nach langer zeit auch mal wieder ein update ich habe mir heute ein paar filme geholt letztens ein paar filme und ja die wollte ich euch mal zeigen da haben wir einmal halloween 5 ungekürzt wir waren nicht schlecht den konnte man auf jeden fall dann habe ich den vierten teil noch umgekürzt den fand ich allerdings ein ticken besser als den dritten den fünften da war sollte ich auch kennen dann habe ich mir letztens noch ein paar filme geholt heute habe ich mir noch ein paar filme geholt und ja da haben wir einmal platzi die serie wo der drei ankert den habe ich mir im euro laden geholt mal gucken wie die ist dann habe ich mir man diese hauntet toll ankert auch im euro laden geholt der sich eigentlich auch ganz gut an wahrscheinlich auch so ein cem oder so sein aber schon euro kann man mal gucken dann habe ich mir beim mediamart heute noch viele filme geholt haben wir einmal das auf mich an karte hatte sich ganz gut an gespannt wie der ist dann haben wir die bloße geholt den ersten den hatten sie ja wenn ich auf die fahrer deswegen habe ich mir den auf blu-ray geholt und high horror für mich eigentlich ganz gut und mal gucken wie der ist dann habe ich mir noch die bloße zwei geholt ja mal gespannt wie der als letztes habe ich mir dann noch die drei geholt der ist ja glaube ich dieses jahr oder so oder letztes jahr ist er ja neu erschienen und mal gucken wie die reihe ist das war's tschüss